Frau Professor Eckhardt Henn, Sie wirken ja im Team des hiesigen Adipositas-Zentrums mit. Wie sinnvoll ja, wie nötig ist eine psychotherapeutische Betreuung von Menschen, die sich einer Adipositas-Operation unterziehen wollen? Davor steht die Diagnostik vor der Operation und das ist sehr wichtig, weil immerhin 50 Prozent aller Adipositas-Patienten haben auch psychische Störungen, manchmal auch reaktive, also die nicht ursächlich die Adipositas, die es nicht verursacht haben, aber infolge der Probleme, die wir sicher ja gleich noch ansprechen, auftreten, wie zum Beispiel Depressionen oder soziale Phobien. Außerdem müssen wir vor der Operation ausschließen, dass eigentliche Essstörungen, wie die Binge-Eating-Störung vorhanden sind. Das ist eher selten, das sind vielleicht höchstens 5 bis 10 Prozent der Patienten, aber wenn die sowas haben, das ist eine Essstörung, die mit schwersten Essanfällen und Kontrollverlust einhergeht, dann ist so eine Operation nicht sinnvoll. Wichtig ist aber, wie gesagt, die Diagnostik von begleitenden depressiven Erkrankungen, Angsterkrankungen, teilweise noch andere Erkrankungen, weil das den Operationserfolg sonst stark gefährden würde. Und wenn Patienten das haben, dann ist es sehr sinnvoll, sie auch psychotherapeutisch vorher zu betreuen und vor allem auch in der Nachsorge zu betreuen. Würde man Sie also vorher, wenn Sie da etwas feststellen, was schon etwas gravierend ist, vorher, vor der Operation, das therapieren? Ja, das wäre auf jeden Fall wichtig. Wir nehmen ja auch einzelne Patienten dann auf, zum Beispiel zu uns in die stationäre Behandlung. Wir haben dann eine Spezialisierung auf Essstörungen. Und das können wir nicht in dem Umfang machen, in dem das oft notwendig wäre. Und es ist auch so, dass nicht alle Patienten dazu motiviert sind. Aber das wäre natürlich das Optimale, wenn die Patienten vorher geben, dann vorbereitet werden auf die Operation, auch von der psychotherapeutischen Seite. Und in Einzelfällen nehmen wir die Patienten auch danach nochmal auf. Die Patienten kriegen die Offerte, dass sie vor der Operation sich psychotherapeutisch diagnostizieren lassen können. Ja. Wie nehmen Patienten dieses Angebot an? Gibt es auch welche, die sind da eher vorsichtiger, zurückhallender, ablehnend? Auf jeden Fall. Es gibt sogar ziemlich viele Patienten, die da sehr skeptisch sind. Das hat auch damit zu tun, dass es bei einer Subgruppe, das gilt überhaupt nicht für alle Adipositas-Patienten, aber für eine Subgruppe, gerade von den Schwererkrankten, das sind Patienten, die oft seelische Störungen ja verleugnen müssen. Deswegen haben sie ja auch teilweise diese Essanfälle, weil sie damit auch Spannungsregulation, Gefühlsregulation betreiben, negative Gefühle sozusagen wegessen. Und das ist für diese Patienten natürlich auch eine Belastung, wenn die sich in psychotherapeutische Behandlungen begeben sollen, weil sie sich dem dann anders stellen müssen. Das andere ist, dass die Patienten, die diese Operation gerne wollen, oft große Angst haben, das könnte abgelehnt werden und dann nicht finanziert werden von den Krankenkassen. Und es gibt ja leider eine große Gruppe von Patienten, die die Operation so sehen, als ob das dann die Lösung aller Probleme wäre, was natürlich so auch nicht ist. Aber es gibt auch zunehmend Patienten, die kommen. Also wir haben sogar Wartezeiten. Also wir können etwa im Moment acht bis zwölf Patienten pro Woche sehen, diagnostisch. Und davon gibt es dann einige Patienten, die eigentlich gut zu motivieren sind, dass die dann auch zu uns kommen, zum Beispiel zu einer Vorbereitung und Nachbereitung. Wir hatten jetzt gerade eine Patientin, die sehr dankbar dafür war und wo das auch wirklich optimal gelaufen ist. Adipositas ist ja inzwischen als Krankheit anerkannt und sie entwickelt sich über Jahre. Das ist nicht nur der böse Wille, ich mache einen falschen Lifestyle, sondern das hat auch Gründe, Wurzeln, oft in der Kindheit, in der Jugend, also sehr verbunden mit psychischen Problemen. Ja, wir wissen, dass die Adipositas viele Gründe hat. Also es sind zum einen individuelle Gründe, die Sie gerade schon angesprochen haben. Es sind genetische, also Erbfaktoren, genetische Faktoren wichtig. Dann wissen wir einfach auch, dass gesellschaftliche Faktoren ganz wesentlich sind, warum auch die Adipositas so stark zunimmt. Wir rechnen damit, im Jahr 2025 etwa drei, ein Viertel Millionen Menschen hier in Deutschland zu haben mit schwerer Adipositas. In Amerika sind es im Moment schon 30 Prozent und das nimmt weiterhin zu, weswegen natürlich auch die ganzen Folgeprobleme auf uns zukommen werden. Man diskutiert, dass es zum einen mit dem Überangebot an Nahrung zu tun hat, mit dem der Mensch an sich nicht zurechtkommt, weil er eigentlich so sozialisiert ist, dass wenn Nahrung da ist, dass er das dann auch aufnimmt, weil es natürlich in der Vorgeschichte, wie wir wissen, ja auch viele Hungersnöte gegeben hat. Im Krieg gab es kaum Menschen, die Adipositas hatten. Dann die Veränderung der Nahrungsgewohnheiten, also die Billignahrung, die Fastfood-Nahrung, dann auch die mangelnde Bewegung, gerade bei Kindern, die ganz viel im Internet sich befinden, also wenig Sport machen zum Beispiel, das ist auch ein zunehmendes Problem. Und dann natürlich seelische Faktoren, die mit dazu kommen. Einige Patienten, die auch Traumatisierungen erlebt haben, Essgewohnheiten in der Familie, schwierige psychosoziale Verhältnisse haben. Wenn die dann mal betroffen sind von schwerer Adipositas, das finde ich oft sehr bedrückend auch bei Patienten, die ich hier kennenlerne, sind viele Patienten sozial isoliert, also gerade mit dieser schweren Adipositas, die dann wirklich oft zusätzliche schlechte Bedingungen haben, um eigentlich das zu bewältigen. Und dann kommt natürlich die ganze Stigmatisierung hinzu, dass die Patienten erleben oft Entwertungen. Wir wissen, dass sie viel schlechter einen Arbeitsplatz finden, dass sie unterschätzt werden von Personalmitarbeitern, als disziplinlos, als nicht durchhaltefähig, als faul abgestempelt werden. Und was ich auch noch ganz wichtig finde, dass man ja der Annahme ist, der Adipositas-Patient könnte das immer regulieren. Aber wir wissen, dass wenn einmal ein bestimmtes Übergewicht erreicht ist, was ja dann oft auch mit der Unfähigkeit der Bewegung einhergeht, weil die Patienten haben Gelenkprobleme und so weiter, Hautprobleme, ja, haben oft Eczeme in diesen Fettfalten dann, die ja auch zusätzlich Beschwerden verursachen, dann kann es sogar so sein, dass die mittlerweile ein normales Essverhalten haben, also gar nicht übermäßig viel essen, aber trotzdem nicht Gewicht abnehmen. Und das erleben die Patienten natürlich zusätzlich als Stigmatisierung. Es kommt zu starken Beschämungsreaktionen und sehr oft zum sozialen Rückzug. Die postoperative Zeit kann natürlich auch psychische Probleme bringen. Denn wie kann man sich jetzt plötzlich damit abfinden, akzeptieren, dass es alles ganz anders ist, dass ich eine andere Ernährungsweise habe und dass ich jetzt, wie kriege ich dann meine Ängste, die ich ja noch vielleicht rübernehme, wie kriege ich die dann los? Gibt es da auch die Möglichkeit einer postoperativen Betreuung? Ja, also das ist ganz wichtig, dass man die Patienten anschließend betreut, dass man genau an diesen Faktoren arbeitet. Also wenn wir die zum Beispiel in eine psychotherapeutische Behandlung nehmen, dann geht es auch um das Thema Rückfallprophylaxe. Und das heißt, dass es zum Beispiel um eine Veränderung des Problem- und Konfliktlöseverhaltens geht, was ja viele Patienten eben nicht gut können, weil dann essen sie oft. Dass es um eine andere Gefühlswahrnehmung geht, um eine Achtsamkeit sich selbst gegenüber, um eine Stimuluskontrolle. Das heißt, dass die Patienten lernen, wann esse ich eigentlich, wie ist das eigentlich mit bestimmten Situationen verbunden, wie kann ich das regulieren. Viele Patienten haben ein völlig desolates Essverhalten. Das heißt, die essen gar nicht mehr regelmäßig. Es gibt den Begriff des Grasens, also das heißt, die ständig essen und oft auch gar keine Selbstwahrnehmung mehr dafür haben, wann sie essen. Und das sind alles Faktoren, an denen wir dann arbeiten. Das müsste aber verbessert werden. Wir haben leider nicht die Möglichkeit, die Patienten auch ambulant einzubinden. Das sehen wir als ein gewisses Problem. Also wir denken, dass wenn wir Angebote machen könnten, zum Beispiel gruppentherapeutische Angebote, die dann auch langfristig den Patienten angeboten werden könnten, dass man dann sicherlich die Prognose noch verbessern könnte. Dann, was ich noch gern ansprechen möchte, ist, dass wir wissen aus Studien, dass zeitverzögert, meistens erst nach etwa einem bis zwei Jahren, es auch vermehrte Suizide gibt nach Operationen. Da gibt es unterschiedliche Hypothesen dazu. Eine ist, dass natürlich der Patient nach einer anfänglichen Gewichtsabnahme dann merkt, gerade was Sie sagten, dass die Probleme ja nicht weg sind. Die sind ja nicht auf einmal gelöst. Und dass er dann in eine depressive Verstimmung gerät, weil er frustriert ist, dass das jetzt auch noch nicht geholfen hat. Viele Patienten sagen, das ist jetzt meine letzte Chance. Dann nehmen wir auch an, dass die Veränderung des Körperempfindens, also des Körperbildes, eine Rolle spielt. Für manche Patienten kann das auch zu schnell gehen mit der Gewichtsabnahme. Also das sind alles Faktoren, die man da unbedingt berücksichtigen sollte. Aber leider haben Sie als Klinik nicht die Möglichkeit, diese Patienten nach der Operation weiter zu betreuen. Doch, wir betreuen ja Patienten weiter in einem stationären Setting. Das machen wir. Das machen wir zunehmend, also dass wir Patienten manchmal vorher betreuen und dann auch danach eine Zeit. Aber wir können nicht eine ambulante Behandlung anbieten. Ja, dass die Patienten dann wieder zu Hause sind und dann regelmäßig zum Beispiel zu uns ambulant kommen. Da haben wir nicht die Möglichkeit, weil wir da nicht die entsprechende Zulassung haben von den Kassenärztlichen Vereinigungen als Klinik. Und das ist schwierig. Und wenn diese Patienten dann bei niedergelassenen Psychotherapeuten einen Therapieplatz wollen, ist es problematisch, wie lange sie warten müssen, um den zu kriegen. Da haben Sie recht. Das ist sowieso problematisch. Also wir haben hier in Stuttgart Wartezeiten bezogen auf alle Patienten von, sagen wir mal, einem halben Jahr bis anderthalb Jahren, obwohl es sehr viele niedergelassene Kollegen gibt. Aber Patienten mit schwerer Adipositas werden auch hier teilweise stigmatisiert. Das muss man leider sagen. Es gibt viele Kollegen, die die nicht gerne nehmen, sodass die noch mal zusätzlich da eine Erschwernis haben. Das ist natürlich schlecht. Und wahrscheinlich gehört zur psychotherapeutischen Betreuung von diesen speziellen Patienten auch eine spezielle Erfahrung, spezielle Kenntnis. Auf jeden Fall. Genau. Also das gehört in jedem Fall dazu. Und das, finde ich, ist hier ja unsere große Chance am Klinikum, dass wir interdisziplinär arbeiten. Das heißt, wir kümmern uns auch in der Zusammenarbeit mit den anderen internistischen Kliniken und der chirurgischen Abteilung und der Hautklinik um die körperlichen Folgeprobleme von diesen Patienten. Und die sind ja reichhaltig. Frau Professor Eckhardt, können Sie noch mal zusammenfassen, wie wichtig es ist, dass ein Adipositas-Patient, der diesen Weg gehen möchte, gehen muss, auch als letzte Chance, dass er sich von einem professionellen, akkreditierten, interdisziplinären Zentrum, wie dem hier in Bad Cannstatt, betreuen lässt. Also ich denke, das ist zu 100 Prozent wichtig. Also das sollte eigentlich routinemäßig dazugehören. Ein Patient sollte auf jeden Fall an so ein Zentrum gehen, weil das betrifft es genauso wie mit anderen Erkrankungen, komplexen Erkrankungen, sollte die entsprechende Expertise vorhanden sein. Und dann sollte zum Beispiel auch eine psychosomatische Diagnostik dazugehören, was ja auch ergeben kann, das ist auch oft so, dass wir zum Beispiel auch sagen, der Patient braucht keine psychotherapeutische Behandlung. Das kann man jetzt erst mal so versuchen und dann kann es auch so gut werden, ja. In welchen Fällen würden Sie empfehlen, dass eine Adipositas-Operation nicht indiziert ist? Bei Patienten, die eine akute begleitende Binge-Eating-Störung, also diese spezielle Essstörung haben, bei Patienten, die akut in einer Depression sich befinden, möglicherweise auch selbstmordgefährdet sind, bei Patienten mit schweren Angststörungen, da würde ich in jedem Fall empfehlen, dass diese Patienten zuerst von der Seite sich behandeln lassen. Und das heißt ja nicht, dass die Operation dann nicht gemacht werden kann langfristig, aber halt sehr viel besser vorbereitet ist, was ja nur im Sinne des Patienten sein kann. Denn der Patient hat ja nichts davon, wenn das Ganze keinen Erfolg hat. Und wir sehen dann die Patienten, die dann eben, wenn sie so eine Essstörung zum Beispiel haben, danach dann anfangen, Speiseeis oder Flüssignahrung, Flüssigsahne zu sich zu nehmen und dann die Gewichtsabnahme zu gefährden, also dann eben wieder zuzunehmen und entsprechend frustriert zu sein. Indem Sie die Psyche dieser Operationskandidaten eruieren, kommen Sie sicherlich auch hin und wieder mal zu der Erkenntnis, dass der Patient diese Operation zwar machen möchte, aber dass er nachher nicht in der Lage ist oder nicht die Kraft hat, das durchzuhalten, was an Lebensstiländerungen absolut notwendig ist. Auf jeden Fall, ja. Und das ist nicht zu unterschätzen. Ich meine, das ist ja klar, das hat sich ja oft über Jahre entwickelt. Und wie soll der Patient das sofort verändern können, gerade wenn er auch psychosozial nicht die entsprechende Unterstützung hat? Also wenn jemand zum Beispiel sozial isoliert ist, vielleicht arbeitslos ist und so weiter, hat er ja viel schlechtere Bedingungen als jemand, der, ich sage mal, eine durchschnittliche psychische Erkrankung hat. Und diese Bedingungen ändern sich ja nicht mit dem operativen Eingriff. Er verlässt diese Bedingungen, ist ein paar Tage im Krankenhaus und wieder zu Hause und er braucht dann natürlich, so denke ich mal, auch eine Umgebung, die ihn darin unterstützt und motiviert. Genau. Wichtig sind dann natürlich auch die Selbsthilfegruppen. Damit arbeiten wir auch zusammen. Also es gibt ja auch viele ambulante Angebote in Stuttgart für essgestörte Patienten. Das ist eine große Hilfe. Und wie gesagt, es wäre halt gut, wenn wir auch ein ambulantes Gruppentherapeutisches, also im eigentlich psychotherapeutischen Sinn, machen könnten und das erweitern könnten. Haben Sie noch Beiträge, die nicht auf dem Anfragenkatalog stehen? Ein ganz wichtiger Punkt, den wir jetzt nicht angesprochen haben, ist natürlich die Arbeit an der Bewegung, an der Mobilisierung. Das heißt, wenn wir in unserem Programm, in unserem stationären Behandlungsprogramm, legen wir da sehr großen Wert drauf, dass die Patienten da wieder in die Mobilisierung hineinkommen. Und das wissen wir ja auch heute, dass das auch stimmungsaufhellend ist. Also wir wissen, dass zum Beispiel regelmäßige Bewegung und sportliche Aktivität auch antidepressiv wirkt. Kommt es auch vor, dass Patienten mit den Veränderungen nach der Operation einfach nicht zurechtkommen und unbewusst die Gewichtsabnahme sabotieren? Das ist jetzt die Frage, was ist da unbewusst? Ja, da könnte man ja schon sagen, das passiert ja schon vorher. Weil ich meine, ich glaube, es gibt wenig Menschen, die bewusst dick werden wollen oder dick sein wollen. Also die wollen alle natürlich nicht dick sein und können aber aufgrund der Probleme, die wir ja schon angesprochen haben, wie auch eine Körperbildstörung, eine Störung ihres Essverhaltens und diese ganzen anderen zusätzlichen Probleme, sind sie gar nicht fähig, das bewusst zu kontrollieren. Das ist ja die Schwierigkeit. In unserer Gesellschaft haben dicke Menschen, übergewichtige Menschen, ein schlechtes Standing. Ja. Es gibt ja so ein grauer Bild der jungen Frau, schlank, überschlank, aber wenn jemand nur dick ist, über den lacht man, den verachtet man, der hat auch wenig Chancen im Job und wenn die dann im Schwimmbad sind und so weiter und das trifft die natürlich sehr. Ja. Auf jeden Fall und das führt ja eben auch dazu, dass sie oft dann so sich stigmatisiert fühlen und sich dann eben noch mehr zurückziehen. Es gibt auch manche, die gehen damit fatalistisch um, also nach dem Motto, ist die Figur erst ruiniert, lebt sich völlig ungeniert, aber der überwiegende Teil der Patienten fühlt sich natürlich stigmatisiert, beschämt und das ist in unserer Gesellschaft, sagen wir mal, man kann ja schon von einem Art Schlankheitswahn sprechen. Wir haben ja wirklich auch auf der anderen Seite das Problem, dass zunehmend mehr Menschen, gerade Frauen natürlich sind hier vermehrt betroffen, auch ständig Diäten machen und dauernd, also eigentlich untergewichtig dann sind, ja, also schon fast in die magersüchtige Essstörung abgleiten. Das fängt ja auch schon im Kindesalter an, dass Kinder an ihrem Gewicht versuchen, da irgendwie zu manipulieren. Naja, das ist auch noch ein Thema, Kinder und Jugendliche, die heute ja auch zunehmend übergewichtig sind. Die möchte man auch in manchen Fällen mit strenger Indikation operieren. Gibt es da auch die Möglichkeit, die Notwendigkeit, gerade die speziell psychotherapeutisch zu betreuen? Also zum Beispiel, da wäre ich sicherlich jetzt sehr zurückhaltend, weil man darf nicht vergessen, die Operation, gerade die Operationstechniken, die man ja heute anwendet, das ist auch eine Zerstörung des Körpers. Also das darf man gar nicht vergessen, dass die Patienten immer danach sich anders ernähren müssen. Sie können immer nur kleine Mahlzeiten zu sich nehmen. Sie können Probleme kriegen im Sinn von Verdauungsproblemen und so weiter. Und deswegen wäre ich bei Kindern, würde ich sagen, sollte man die Indikation sehr, sehr streng stellen. Oder bei Jugendlichen genauso. Auch, ja. Also da sollte man erst versuchen, wirklich mit allen Möglichkeiten die psychotherapeutisch zu behandeln, weil es ist schon ein schwerwiegender Eingriff. Und da wird auch der ganze Verdauungstakt vollständig ummodelliert. Und wenn man das mit 18 macht, ist das was anderes, als wenn man das mit 50 oder 60 macht. Ja, natürlich. Und Sie können es dann nicht mehr rückgängig machen. Und Sie haben dann Verwachsungen und so weiter. Das werden die chirurgischen Kollegen Ihnen schon erzählt haben. Also, das ist, das darf man nicht unterschätzen. Bücherin, es geht auch nicht mal. Vielen Dank.